ja willkommen bei malida und zu 12 minutes wir sind back im business und ja in einer neuen zeitschleife jetzt muss ich gucken erst mal das polaroid holen also ich will immer noch dass wir irgendwie wahrscheinlich alles geben müssen ja komm erst mal knutsche abholen ja mache ich natürlich stopp wir brauchen jetzt ok stopp stop 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 was machst du ja ich weiß habe ich offen gelassen passierte tue zugemacht finde ich nice ok messer noch ok rufen wir jetzt einmal bumblebee an mal gucken was wir dann sagen können ja oh scheiße ok ich glaube wir können die zeitschleife auch beenden ok geht zum kühlschrank hol das polaroid das heißt wir müssen sie erst ach so polaroid hol das messer hol das messer genau jetzt öffnen den schrank ok jetzt knutsche abholen hi babe sie ist heute wieder richtig sexy aus ok ja wir haben keine zeit die zeit läuft uns davon mhm so habe ich nein ja sie macht die tür zu sie macht die tür zu komm hey you left the door open ich weiß ist nur ein test ob du aufpasst ok mach zu so öffne den schrank zack taschenuhr haben wir auch und raus so jetzt setzen wir sie erstmal ins bild nein nein so der teufel von vorn an so jetzt sagt genau jetzt sagt er ihr alles komm wir haben vorspulen jetzt sagt er so mit dem monster mit dem bruder und so weiter oder halbbruder fliegt ja wie sagt ok ok das wissen wir alles ok kann ich jetzt bumblebee anrufen bumblebee das war letztens aber nicht richtig ne ok 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 so warum hatte ich letztens diese option nicht sagen dass die frau unschuldig ist so hier das braucht sie glaube ich für den polizisten das packen wir mal aus ich weiß nicht wofür wo ist das was genau das wusste ich ja genau das wusste ich oh Wo ist denn der zweite Becher hin? Komm, willst du was trinken? Kann ich ihr das jetzt geben oder nicht? Er hat keine andere Familie, ja? Okay, es kommt dann, ne? Hey, Bumblebee! Was ist denn? Ich weiß nicht, was Fragen zu stellen. 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 Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Und jetzt wissen Sie, ich weiß nicht, wenn Sie mich noch haben. Sie können sich schon wiederholen. Okay, ich weiß nicht. Aber Honey... Jetzt bin ich aber auf jeden Fall mal gespannt. Ne? Danke, für dich zu hören. Ist das er? Okay, wir reden. Geh auf den Boden. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ach stimmt, er hat das ja gesagt, ne? Als er es gehört hat. Oh, oh, oh. Es ist nur... Das war das letzte, was ich ihm gesagt habe. Es hat mir nie gelungen, dass es... ... das... Hör. Ich weiß, mein Vater war wichtig für dich. Ich vermisse ihn auch. Aber ich... Ich dachte immer... Du warst da nicht. Ich war nicht da. Aber dann? Ich weiß nicht. Aber es war nicht ich. Ich bin sorry. Ich bin wirklich. Meine Daughter... Sie... Sie ist all I care about. Sie ist sterben. Kanser. Und die Anwaltungen. Ich kann nicht für das Träten. Das Watch. Okay, ich... Ich versuche nichts zu überspringen, weil... Man weiß nie, ob da irgendwas Neues kommt. Das mit dem Monster ist ja auch neu gewesen jetzt. Oh. Ich hab die Uhr. Oh. Ich hab die Uhr. Du brauchst es mehr als ich. Sie macht es. Ich hab das. Ich schaue dich, Bruder. Ich beginne mit der Nanny und von dort. Wie viel über sie erinnern? Ich... Es hat lange Zeit. Du erinnern sie? Es hat lange Zeit. Ich hab auch keine fucking Idee. Aber... Stopp mal, stopp mal, stopp mal. Flower. 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 So, erstmal Knutsche abholen. So. Handy brauchen wir auch. Und... Stopp mal, ich geh mal kurz hier hinten ein. Sie kann ja die Uhr holen, da brauche ich jetzt nicht die Uhr holen. Aber wir packen das jetzt einmal aus. Dahlia. Oh, ist er der Halbbruder? Ist er selbst der Halbbruder? Aber dann... Warum kann er sich denn nicht erinnern? Oh, das wär schon creepy, ne? Nein. Jetzt hab ich's falsch gemacht. So, komm, ich muss einmal mit dir reden. Ja... So... Okay, geschlagen und so. Jetzt müssen wir uns das alles wieder anhören. Okay. Ja, setz dich mal hin. Okay. Okay, jetzt rufen wir Bumblebee wieder an. Sonst macht der Bulle ja schon wieder... Hi, nun. Hallo? Hey, hey. Dein Vater sagt, dass meine Wälder ihr Vater hat. Kannst du dir helfen? Bitte, er wird sie verhörter. Ich vertraue dich. Okay. Warum würdest du das sagen? Okay. Meine Wälder ist innozentig, aber dein Vater? Er will uns nicht hören. Ich weiß nicht, was du willst. Hey, bitte. Kannst du ihn einfach kenne und erzählen und hören? Er muss ja. Er hat nicht die ganze Geschichte. Okay. 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 Sie braucht das Polaroid, ne? So, muss ich ihm das... Komm, wir holen das nochmal. Wir haben ja ein bisschen Zeit. So, die Frage ist jetzt aber... Nehmen wir auch mal mit... Muss ich ihm dieses... Weil ich denke mal, wir sind der Halbbruder, der den Vater umgebracht hat. Also wie... Wie creepy ist das eigentlich generell? Ja, genau, das bin ich wohl. Okay. Okay, das hat man schon gefragt. Also das ist jetzt useless. Hm. Ja, das war er. Let's talk later. Okay. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir die Informationen aus ihm raus? Okay, jetzt kommt er. Ich kriege den Anruf von Bumblebee. Dann kommt gleich das Gespräch. Hey Bumblebee. Dass sie sagt, sie war es nicht. What's up? Okay, wir stellen... Macht sie eigentlich die Tür auf? Oh, ich dachte jetzt erst, ey. Okay. Ey, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Ich bin gut. 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 Oh Gott. Oh Gott. Das ist doch nicht wahr. Ich brech zusammen. Ich brech echt zusammen. Oh Gott. Mach die Tür noch auf. Ja, komm Knutschi Knutschi Babe. Oh, sexy Baby. So. Okay, das wissen wir. Okay. Okay. So, komm ich brauche das Handy. Haben wir. So, Polaroid. Okay. So, jetzt reden wir mit ihr und jetzt mache ich nichts mehr. Ich mache nichts. Hm. So. Zack, 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 zack. Ja, 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 ja. So, jetzt euch haben wir es dann. Okay, jetzt ist sie vorbereitet. Wir können Bumblebee anrufen. Das ist zu viel. Hallo? Hey, hey. Dein Vater sagt, dass meine Wälder ihr Vater hat. Kannst du dir helfen? Bitte, er wird sie zuhörern. Ich vertraue dich. Warum würdest du das sagen? Warum würdest du das sagen? Ich würde. Meine Wälder ist innocent, aber dein Vater? Er wird uns nicht hören. Ich weiß nicht, was du willst. Ich weiß nicht, was du willst. Hey, bitte. Kannst du ihn einfach nennen und nennen und nennen? Er wird nennen. Er wird nennen. Er hat nicht die ganze Geschichte. Ja. Okay. Okay. So, jetzt kriegst du das Polaroid. Oh, wer hätte gedacht, dass, wenn man die Tür aufmacht, er dann aufhört zu reden, ey. Hammerhart. Ach so. Na ja. Okay, komm, 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 komm. Komm, kriegst du es auch noch. Ja, das ist so ein Halbbruder. So. Und ich hoffe, jetzt läuft alles reibungslos hier. Ich spreche gleich echt zu sagen, ey, wie oft man das machen muss. Ich meine, wenn du mich immer noch haben möchtest, dann kannst du sich neu anfangen. Wir können sich neu anfangen. Schöne Schläte. So. Jetzt. Ein bisschen die Atmosphäre. Ein bisschen romantischer machen. Also, danke dir, für dich zu hören. Ja. Jetzt kann der Polizei kommen, oder? Au, au. Hey, Bumblebee. What's up? Ich trau mich jetzt gar nichts. Ich trau mich gar nichts jetzt. Honey, I think you got prank called. What the? Did they threaten you? Aber dann wären das ja hier Halbgeschwister und die hätten dann, ja, eine Beziehung und sie dachte, sie hätte den Vater ermordet. Und er weiß es anscheinend nicht mehr, dass Alan Fodder ermordet hat, aber wirklich, ey, das ist... Jo? Okay. 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 Ich weiß, dass mein Vater wichtig ist. Ich erinnere ihn auch. Aber ich... Ich dachte immer, dass du da nicht bist. Ich war nicht da. Aber dann? Ich weiß nicht, aber es war nicht ich. Ich bin sorry. Ich bin wirklich. Meine Frau, sie... Stimmt, warum sollte sie auch den Strampler zeigen? Ich kann nicht bezahlen für das Träte. Das Schaue, aber... Es könnte alles kümmern. Gott, wenn sie wusste, dass ich das mache... Danke, dass du nicht... Wenn du ihr gesagt hast, was ich wirklich hier war, wäre sie nie wieder zu sprechen. Ich gehe jetzt. Jetzt. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Du brauchst es mehr als ich. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Ich gehe nach deinem Bruder. Ich beginne mit der Nanny und komme von dort. Wie viel du erinnerst von ihr? Ich... Es war lange Zeit. Du erinnerst sie? Du erinnerst sie? Uh... etwas Flowery. Jets? Daphne, Daisy, something like that. Sure. I'll dig into it. I'll let you know when I know more. Look at this. Cute one, see? So, what? Name. Look at the name. What the? Is that the nanny that he had the affair with? Oh. Yes. Dahlia. That's it. Her name was Dahlia. No, 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 no. Why are you saying this? It's a super easy joke. This is funny, Hugh. She was my mother. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ach, du Scheiße. No. 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 Hat der vielleicht noch einen extra Bruder? Also, vielleicht ist er nicht der, um den es gerade geht. Und wir sollen das vielleicht nur denken, oder? Zwei Minuten vor zwölf. Hey, come on. Snap out of it. Look, I know this is a lot to drop on you. But I gotta know that we're on the same page concerning these feelings. So, consider your answer to this question very carefully. What do you want with my daughter? I can't just stop feeling for her. I love her. I love her with everything in me. I don't care about your feelings. Feel however you feel. Feelings don't matter. What are you going to do? You. You're fucking radioactive, you know that. Just you existing. You killed my wife. What? You mother too. Now you want my fucking daughter. God, permission. Permission to date my daughter. Also er weiß, was wir der Halbbruder sind. I'll break every bone in your body. You want to know my answer? Yes, I do. Maybe I can just tell her the truth. Oh, you're just going to tell her all this? How do you think that's going to go? We're in love. We'd overcome it. You are so naive. Such a child. It's the right thing to do. No, this is. You fucking idiot. You are so naive. So stupid. Oh, shit. Oh, no. Oh. Dude, what the fuck? What? How could I? No, no, no. You can't fucking be me. How could I forget? Honey, babe, are you... No, no, you stay back. Hey, it's me. It's me. It's okay. It's okay. No, don't touch me. Let me help. What is it? You stay away. Talk to me. No. Whoa. Tell me what's going on. Hey. But... It can't be true. No. It can't be true. Okay. Also, es ist so wie... Er ist der Halbbruder, ne? Yeah, I will. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Okay, ich sprühe jetzt mal vor, bis... Weil er sagt jetzt die ganze Zeit das Gleiche. So. Er ist auf jeden Fall der Halbbruder. So, und das wusste der Vater auch, dass die beiden was haben. Und er wollte ihn daran hindern und dann in dem Ärger hat er ihn dann... Ja, er tut es. Er ist derjenige, der das gemacht hat. Das Polaroid von der Koffer, das bewertet... Was? Ich weiß. Okay, du reißt? Ich manage alles. Was? Er war nah zu deinem Vater. Und wenn dein Vater stirbt, er... Das ist zu viel. Und ein Kofferl ist gekommen? Aber er hat jetzt... Okay, machen wir nochmal zu hier. Wir machen das nochmal auf. Waschen. Was passiert jetzt? Hey, there he is. You're back. Look. I know this is a terrible shock. But we need to be on the same page. These feelings for my daughter. Your sister. Look. I... This isn't how I wanted to tell you. You deserve... Oh. Both. You deserve better. You know, the thing I hate the most... Worst thing in the world? Disappointed my little girl. Well, that was the worst thing. And now a baby. You... With your... It's only by forgetting that you ever really drop the thread of time and approach the experience of living in the present moment. That's... You've read that one night. I... I know the idea of forgetting things sounds crazy. But what if you could? I can help with that if you want. All you have is the future. You'll forget everything you went through. All the pain, all the stress forgotten. Forever. But you need to understand. There is no turning back. You can't undo this. We can talk about it still. You can choose an answer. I have only one answer. You don't have to forget if you don't want to. The choice is yours. This is your last chance. Alright. I haven't chosen anything yet. I want you to think of a flower. Focus. Breathe. Look at its contours, its curves. Now I want you to imagine it changing. Moving backward. Returning to its bud. Think of that bud. Unopened and fresh and new. Look at it as a whole. Don't just notice the changes. Let go of how you saw this before. Don't let anything override the perception of how you see this today. Just focus on that bud. And silently repeat these phrases. May you be free from suffering. May you be free from fear and anger. May you know peace and joy. Also, er kriegt jetzt gerade eine Hypnose quasi, um das alles zu vergessen. Nur dann frage ich mich, was ist eigentlich passiert? Weil er konnte sich ja jetzt nicht erinnern, dass er den Vater irgendwie umgebracht hat. Das wusste er nicht. Hatte er schon eine Art Hypnose oder danach? Weil die Stimme von dem Vater, die Stimme hört sich ja ein bisschen auch an wie die vom Polizisten. Und das, was wir jetzt gerade gespielt haben, war die Vergangenheit. Dass wir uns jetzt entschieden haben, eine Hypnose zu bekommen und das alles irgendwie zu vergessen. Denke ich gerade irgendwie. Aber eins muss man auf jeden Fall sagen, ne? Das war wirklich jetzt kein, so kein langes Game, sondern eigentlich recht kurz, ne? Ein paar Stunden. Oder? Ich weiß gar nicht. Ich habe auch ein bisschen die Zeit vergessen. Ich finde das mit diesem Wiederholen, auch wenn es hinterher vielleicht ein bisschen genervt hat oder so, dass man dann das Ganze machen musste für eine Information, dann das Ganze nochmal machen musste nochmal für eine Information. Fand ich, ähm, das mit diesem, dieser Zeitschleife doch sehr interessant. Weil man konnte dadurch, ja, irgendwie, ich fand es wirklich sehr gut. Na, ich glaube, darauf will ich eigentlich hinaus. Ich fand das Spiel sehr gut. Natürlich schade, dass es da jetzt irgendwie kein Happy End gibt oder sowas ähnliches, ne? Achso, jetzt haben wir zehn Minuten. Okay. Fängt das jetzt nochmal an? Ah, ist der Anfang. Ja. Ne, so hat das Spiel auch beim ersten Mal angefangen. Quasi ja, dass das, äh, runtergezählt hat. Ja. Ich bin gespannt auf eure Meinung, was ihr zu dem Spiel sagt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und, äh, ich hoffe generell, dieses Let's Play und dieses kleinere Let's Play hat euch gefallen und Spaß gemacht. Und, wie immer, über ein Like, Abole oder Kommentar würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. In dem Sinne wünsche ich allen einen schönen Tag, schönen Abend und so weiter. Ihr wisst es ja. Bis bald. Euer Malida. Ciao.